Ich darf Sie herzlich im Podium Best begrüßen, ich darf Sie herzlich aus dem Podium Best begrüßen, an jene, die im Stream dabei sind. Ich darf Ihnen einen Musiker vorstellen, der hier schon gespielt hat, nämlich zusammen mit Cahill El Sabah vor einem Jahr, halben Jahr, dreiviertel Jahr, weiß ich nicht mehr genau. Ein wunderbares Konzert, der beim Jazzfest Salfelden für Furore sorgte, der die Mitternacht weit überschritt, weiß ich nicht, ob er das heute auch macht, Sie hören zwei Sätze, Sie hören Isaiah Collier and the Chosen Few und dazu darf ich viel Verglück wünschen. Applaus 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 Das war's. 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 Yeah? Das war's. 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 Das war's.